Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels. So, zumal mal ein Level. Okay, hier hat jemand voll gespammt. Dann summe mal nach. Mal einfach mal. Playcon this week. So. Simple and difficult. Okay. So. Oh, gleich mal eine Harpone. Okay. Nochmal. Ich glaube bei der Harpone sollten wir Gas geben. Scheiße. So. Okay, warte mal, ich versuch mal ein bisschen anders. Okay, Harpone ausgewichen. Okay, das Level gefällt mir nicht. Tschüss. Chatwall. Was ist das? Oha, ist man ein bisschen innovativer. Wow. Also statt Glass Break ist es jetzt so ein Chatwall Glass Break sozusagen. Oh, da hinten sind auch noch Stacheln. Okay. Alter, alter Scheiße, Scheiße. Okay, aber mit Space kann man dann ganz schnell anhalten. Also das ist dann ein bisschen hier effektiv, denke ich mal. Anhalten. Wow, wow, wow. Anhalten, anhalten. Ah, fuck, jetzt bin ich tot. Gut, nochmal. Ein Versuch noch. So. Jetzt sind wir schon bei... Okay, fuck, 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 fuck. Okay. Wir gehen mal raus hier. Zu Paper Wheels. Was denn das? Oh, da holt sich alles auf. Das ist schön. Wow, yeah. Und da kommt noch ein anderes Fahrrad da oben. Irgendwie. Salto. Nach unten. Und hier. Mach mal so. Oh, ich dachte, das ist Glas da oben. Scheiße. Oh, oh. Jetzt häng ich hier irgendwie fest. Ich sag, wenn ich rauskomme, dann wäre ich Rücke zu haben, oder? Ne, vorwärts. So. Weitere Rücke zu oben sind Stacheln. Und? Wir sind tot. Haha, wie witzig. Okay, schönes Lover. Ich bin... Da tut mir meine Augen weh. Save your dad. Okay. Alles mit dem kleinen Jungen da. So schnell wie möglich wahrscheinlich darunter gehen, damit es nicht explodiert da hinten. Okay, schon explodiert. Nochmal. Zack, zack. Alter, das ist ja gar nicht so leicht. Okay, wir hatten es euch fast geschafft. Na super. Ist ja... Ding. Und dann machen wir. STRG. Das ist ein bisschen besser. Gel. Hier runter. Alter, schon wieder verloren. Nein, der kleine Junge kann es auch schaffen. Machen wir mal schnell. Da haben wir ein bisschen jetzt was falsch gemacht, aber egal. Ja, bricht erst mal die Arme. Affe. Bricht erst mal zwei Arme. Okay, noch einmal versuchen wir's. STRG würde ich sagen. Zack. Flieg doch da durch, Junge. Flieg da raus. Zack, fack, 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 fack. Toll, fast hab ich das wieder geschafft. Okay, bin wir grad geklingelt. Ich mach mal kurz Pause. So, da bin ich wieder. Und STRG. Zack. Okay, einmal mach ich jetzt noch. Ähm, mit STRG. Schnell, 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 schnell. Geh doch da durch, Junge. Geh doch da durch, geh doch da durch, geh doch da durch, geh doch da durch, geh doch da durch. Okay, 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 okay. Ja, wir haben's geschafft. Super. Victory. Exit into menu. Happy Wheels Race. Wie haben die denn das gemacht? Okay. Go. Okay, ich mach jetzt so'n Trick. Das ist aber ganz schnell, eigentlich. Epic Splatter. Ich will jetzt grad nicht so toll in Englisch, dass ich weiß, was Splatter heißt. So. Komm schon. Okay, komm, komm. Ja, 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 ja. Downhill Downhill. Ich flieg, ich flieg, ich flieg, ich flieg, ich flieg. Oh nein. Oh ja, wir haben's geschafft, ins Ziel. So. Äh, Race. So I can name. I can name champion. Ich mach einfach mal Exit, weil es sonst anfangen könnte zu lecken. Prehistoric Pilgrim. Okay, was ist das denn? Oh, schadet nicht. Okay. I'm sorry, but there's nothing we can do. Okay. Oh, schön 3D. Eingebrochen. Ähm. Unnatural science cooperation. We crossed lines. Man was never meant to cross. Okay. Ich mach einfach mal ja alles kaputt. Cross dimensions bla bla bla. Ähm. Zack, oder? Ne, ein bisschen anders. Boah, geh doch hier hoch. Boah. Okay. Soll ich hier noch irgendwas anders drücken? Okay. Oh, ist das hier unten? STRG würde ich mal drücken. Oh, ich schreck jetzt noch mal gar nichts. Alter, das ist echt schön. Ja. Okay. Zack. Und, also, er ist echt ganz schön geworden, das Level. Zack, zack. Oh, komm schon. Zurück. Und, vorwärts hochspringen. Ja. Thank god you, ähm, found me. I've been stuck into this era for. Okay. Da wurde grad gefressen. Fahrern. Ja man, ich fahr so gern. Okay. Hier sind Dinosaurier-Eier. Oh, 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 oh. Okay. Schönes Level, aber ich hab jetzt keinen Bock mehr so weit zu spielen. Exit to menu. Also auf jeden Fall schön. Epic card donation. Also wir müssen einfach nichts machen. Nein. Nein, ich sehe auch keine Mine. Jet 1. Jet 2. Jet 3. Jet 4. Jet 5. Jet 6. Jet 7. Okay. Almost. Headed. Okay, zack. Heart donation. Wee. Hope you enjoyed. Heart donation. No need to raid. Okay, machen wir auch nicht. Ähm, rollercoaster of death. Was haben wir denn hier? Also nichts leckig. Okay, don't move. Oh, da hab ich schon was falsch gemacht. Schon. Ich hab jetzt mal gar nichts. Okay, Slack ist gerade weil hier auch so ganz schon viele Elemente enthalten sind. Sehe ich gerade. Schon mal die Monster weg. Don't move. Nee. What is this? Okay. WTF? Yeeha. Hmm. Adler? Oh, damn. Wow, Matrix. Okay. Ich persönlich hab die Filme nicht gesehen. Warm, warm. Ich dachte jetzt die Tour tun uns kaputt machen, diese Teile aber machen sie nicht. Okay. Also ist schon ne gute Idee. Okay. Also hier so PewDie oder wie das heißt genau. Ähm, please raid. Ach, Neon Cat. Pew, da was sag ich da? PewDiePie. Okay. Ich mach das einfach mal. Ich mach das einfach mal, ob ich das gar nicht kenne. Okay. Whole city I went falling. I hope you enjoy this. Äh, where is PewDie from... ...Norwegen? Falsch. Okay, nochmal. Ich meinte von Schweden. Ich hab mich gerade verklickt auszusehen. Ähm, you can go. Also, what is PewDie's real name? Das hier. Ich stopp mein Portus. Ja, toll, wie soll ich da überhaupt rüberkommen da hinten. Also bis jetzt hab ich falsch mal geraten. You can throw this blue... Why? Ach so. Äh, well done. Das PewDiePews have a girlfriend? Nothing. Okay. What is PewDiePews girlfriend's name? Marzia? Richtig. Where does Marzia come from? Italy. Ich glaube mal nicht von Schweden. So. You, what weiß ich? PewDie, äh, what, 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 what. Ähm, what Chris should I do next? Gar keins. Okay. Das war schon ganz okay. Ich kenne es, ich kenne es, was ist überhaupt. 100% nicht machbar. Okay, ich glaube, ich schaffe das trotzdem. Macht das Teil hier uns am Arsch. Oh ja. Okay, es ist 100% nicht machbar für mich. So. Ähm, nein, write it hard. Okay, nochmal. Komm, 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 komm. Okay, nochmal, 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 ein paar Mal noch. Wuhu. Okay, warte, ich muss, ich muss erst, glaube ich, mein Kind wegschmeißen. Das stört mich nämlich. Alter, wie soll man das denn schaffen? Okay, ich glaube, ich mache einfach nochmal normal. So, und dann. Alter. Ab und zu, oder muss man, ich weiß gerade nicht, ob man ab und zu mal so links und rechts drücken muss? Oder ganz schnell, ich glaube mal ganz schnell. Ich mache einfach jetzt mal, ähm, nur nach vorne drücken. Okay, das seht ihr auch nicht. Okay, ich versuche es jetzt nochmal so. Okay, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es schon mal. Ob es einen, äh, den Rekord schreue ich mir hier an. Katze in drei Sekunden. W, T, F. Wie macht man sowas denn? Ja, übertreibt halt mal nicht. Okay. Das ist übertrieben. Okay, dann geht's zum nächsten Level. So, the challenge. Okay. So habe ich gesehen den Film. I want to play a game. Break the glass up in five Sekunden. Oder du wirst es der. Yeah. Überhaupt kein schweres Level. Null Sterne. BMX Street. Die Impossible Hub, oh, Hub, oh man, überhaupt nicht. Hard-Tonation, ich mag so Hard-Tonation teilnehmen. Wenn sie auch innovativ sind, aber nicht immer so das gleiche. Den gleichen Crash. Okay, warte mal in mir. Okay. Kleiner Krankenwagen. Entschuldigung. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich würde sagen, nach dem Level machen wir mal ein Part früher aus. Zack, 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 zack. Bam. Und danach machen wir noch ein Level und dann machen wir ein Part weg. Why are you waiting? Why not raid? Ah, das ist geil. Okay, das ist echt schön gemacht. A human heart. No, this won't do bla bla bla. Ich schmecke jetzt nichts. Vehicle class break. Okay. Ich würde sagen, einfach mal Space drücken. Oh, das ist doch einfach nur... Das ist keine Arbeit. Ohne Kack, Leute. Das ist sowas wie wenig Arbeit. Was zu machen. Oh, ich kann gerade kurz nicht sowas sehen. Was einfach keine Arbeit ist. Ich kann euch gleich mal mein Level zeigen. Okay. So ein Level zu machen ist wirklich nicht viel Arbeit. Da braucht man vielleicht eine Stunde oder so. Congratulations. Oh, war das schwer. Ey, Leute. Ich glaube, ich kann gleich nicht mehr. Okay, hard. Hint go slow. Okay, wir go'n schon slow. Boah, ich versuche es nochmal. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Brum, 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 brum. Man sieht auch so schlechtes Glas, muss man mal echt sagen. Hier muss einfach nur Space drücken, also das ist klar. Ich gehe nochmal zurück und dann wieder Space. Vorhin ging es ja auch ohne. Ich glaube, mal so geht es ein bisschen schneller. Okay. Hint go slow. Hint go slow. So. So, über Slogon. Congratulations. Congratulations. Shape the Mill reached. Mountain survival. Ah, mach mal jetzt über nichts mehr. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal kurz von euch. Ah, ich mache noch ganz kurz, zeige ich euch mal mein Level. Wenn ich noch eine Zwischenablage habe. Import, okay. Ich zeige euch mal kurz, soweit ich nur kann. Das ist, was haben wir gedacht. Kennt ihr wahrscheinlich auch, der mich letztens erst gefunden. Rein zufällig. Ich habe mich mal nach Happy Wheels gegoogelt. Äh, nicht gegoogelt. in YouTube einfach eingegeben. So, stehe ich mal hier hoch. Also, wie ich das optimieren könnte. Ich könnte euch das mal vielleicht ein Ding reinposten, wenn ich dran denke. In die Videobeschreibung. Oder wenn ich es haben wollte, schickt mir einfach eine PN. Dann kann ich euch den Levelzeug da schicken. Das soll so ein Neon Level für ihn werden. Na, super. Egal, ich kann euch mal zeigen, was noch kommen würde. Dann würde ich hier noch... Hier würde ich noch... Oh, das ist jetzt noch mal dieses... Rumschwingen da. Und damit fliegt man hier rein. Dann versuche ich zu gewinnen. Alles schöne Neon. Dann fliegt man hier runter und dann blablabla. Auf jeden Fall bin ich noch nicht fertig. Ich war am Anfang nicht geplant, aber das habe ich jetzt noch nicht. Also, das werde ich doch nicht machen. Ich sage euch auf jeden Fall mal tschüss, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ysr. Bye, bye.